hi leute willkommen auf meinem kanal willkommen bei ollie anker ja ich darf euch heute höchst persönlich etwas präsentieren teasern ich sag jetzt einfach mal teasern und zwar haut nameless demnächst bald mal wieder was richtig dickes raus ja das haben sie in der vergangenheit öfters gemacht und als letztes hatte ich euch die man eater büsten edition vorgestellt die mir persönlich wirklich sehr sehr gut gefällt ja und ich kann euch jetzt schon mal also hier ist die man eater büste noch mal ja also kennt sie ihr wisst wie sie aussieht mir hat sie persönlich sehr gut gefallen jeder kann seine meinung haben das alles cool und hier kommt noch mal was richtig krasses als teaser und ich darf aber nicht zu viel verraten deswegen das bild jetzt einfach mal so ihr dürft euch freuen in wenigen tagen ist es soweit und eine weitere büsten edition wird von nameless rausgeballert und zwar von dem film das darf ich ja nicht sagen das soll ein geheimnis bleiben aber ich freue mich drauf ich habe sie schon hier ihr dürft euch auf dem unboxing freuen und dann sehen wir uns auf jeden fall beim nächsten mal wieder euer lieber ollie an cut bis die tage